Spenders Quartier In dem Datenpad wird ein Scrambler erwähnt. Er würde den Zustand der Datei in den Sicherheitsarchiven erklären. Ich empfehle Ihnen dringend ihn sicherzustellen. Wir müssen also nur den Scrambler finden. Dann ist Spender geliefert. Alles klar. In Spenders Kabine. Oh, das ist bei mir auf dem Schiff oder was? Oder wo soll das sein? Ich gehe mal hier ein bisschen abgrasen, wenn wir schon hier sind. Wo ist denn meine Karre? Schöne Upgrades. Die fährt jetzt zehnmal so gut wie vorher. Ach so, das habe ich schon. Okay. Also, Nerfpunkt ist da drüben. Da gibt es Ressourcen. Wow, da sind Ressourcen. Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbau... Wow, ist das rentabel. Fuck! Ich habe mal einen Goldschatz gefunden. So viel habe ich noch nie gekriegt. Karre fährt jetzt hundertmal besser wie vorher. Das läuft richtig gut. Die Upgrades sind einfach... ...richtig geil. Okay. So geht das doch schon viel besser hier. Oh, darf ich nicht raus. Mag das Gamechen nicht. Warte mal, da waren Ressourcen. Da drüben vielleicht noch irgendwas. Da ist noch was. Und fertig. So. Dann gehen wir zu Kisten. Die ist da. Der schießt nochmal auf mich und ich komme wieder retour, Jungs. Da werde ich sauer. Auf mich ballert. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. So. Modesta. Läuft. Dankeschön. Wiederschauen. So, dann werden wir ein bisschen den Planeten hier abstauben. Was ist mit dem Zeug da? Das ist nur ein interessanter Ort. Gauabunga. Ja, und vielleicht liegt da jetzt keine Mine mehr. Aber doch. Da ist der interessante Ort. Alter, der fährt jetzt überall die Karre. Geile Upgrades. Gehen wir mal, was da geht. Waren wir da nicht schon? Fahren wir hin? Die Tür auf da. Hallo, wer da? Hallo. Hm. Los hier. Alle auf Party machen. Keiner zu Hause. So. Dann. Haben wir nur hier mal eine Kiste. Die Schnellreise wieder nicht. Aber das markieren wir trotzdem. So, Schnellreise dahin. Das sind zwar nur 2,4 Meter. Aber scheiß drauf. Faule Sau und so. Schon mal Schnellreise machen. Wenn der Relikt-Schatz seinen Job macht, können wir auf EOS... Also. Fassen wir zusammen. Ich habe ewig nicht geforscht. Nichts Upgraded. Gar nichts. Bin gut vorwärts gekommen. Jetzt habe ich das gemacht. Also endlich Bum gemacht. So. Ja, das ist MG. Okay, ich wollte ja die Schrotzen ausprobieren. Die Schrotzen ist ja so eine Sau im Nahkampf. Warte mal, wo muss ich eigentlich hin? Äh. Ja. Da in der Mitte. Oh. Das ist aber scheiße. Ja, okay. Müssen wir halt irgendwie hinkommen. Warte, das wird jetzt ein Abenteuer. Halla Trio. Da werde ich sicher wieder plumpsen. Weil ich plumpse immer ins Wasser. Weil das mein Hobby ist. Naja, gut. Ist auch nicht da. Oh. Oh. Das bringen wir schon hin. Flogge jetzt hier. Flogge ich. Ey Dicker, du bist im Weg. So. Gibt mir das? Hallo? Sollte was sein? Ne, scheiß Kiesel. Ah, oben! Echt jetzt? Ich will da raufkommen, bitte. Dann fliege du ins Wasser. Seid ihr bescheuert? Jetzt wieder unten. Höh. Das gibt's ja nicht. Genau da, wo das sein soll. Also wo bitte? Das da ist ja wohl nicht. Wo seid ihr? Oh. Fuck. Das kann ja nur das da sein. Ist auch das da. Das bugt gerade nur, dass es nicht kriegt. Scheiße. Wieder mal ein Bug. Krieg das nicht. Das ist so ein Scheiß. Ja, das ist das 100 pro. Aber ich krieg's nicht. Warum auch immer. Ja, jetzt geht's. Lol. Er zeigt eh nicht an. Aber ich kann's trotzdem nehmen. Das ist ja mal ein cooler Bug. Ja, egal. Ich hab's. Abgang wieder rechts. Was ist denn? Du für einer. Ein Auto. Sache. Nimm mit. So, das haben wir auch. Done. Ressourcen-Reader. Und zwar... Wo sind denn die Freunde des Ressourcentums? Äh... Da. Das... Rückwärts. Es heißt, sie hätten in den kroganischen Rebellionen gekämpft. Ich weiß. Das ist angesichts meines jugendlichen Aussehens schwer zu glauben. Niemand hat am Ende dieses Krieges gut ausgesehen. Außer den Asari. Sie haben sich nicht die Finger sputzig gemacht. Mal da raus. Lopperlatter. Waltherholt? Eigentlich rüber. So, hier sind dieroresessen. Hier müssen wir fiendern. Das werden wir auffinden. Über den scheiß Hügel wieder drüber. Ah, hier noch. Rundherum um das Zielgebiet Normalerweise findet man das dann so gut Es gibt nur immer Ressourcen Ein Stückchen nach oben Wir wissen nix Was ist da irgendwas blau ist? Achso, das ist Zentrum von dem Ding Ja, das kann überall hier Ressourcen geben Das heißt Wow, wow, wow Nicht so viel rauf Nicht so viel retour Aber die Karre ist gut Auf dem anderen Hügel kannst du sowas nett machen Wenn wer einen Jeep hat, bitte nicht nachmachen Läuft Läuft Wow, 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 wow Ficken Man ist übertrieben Fickern Ja, jetzt bin ich halt unten Ist egal Kommt wieder rauf Kann auch hier unten Ressourcen geben Ist so ein bisschen nett Gibt auch welche So, erschöpft Hammer Was machen wir jetzt? Ich würde sagen Die Kiste hier juckt in den Fingern Die Abhautzone ist erschöpft Oh, ist da oben Wer hat ihnen das Schießen beigebracht, Harper Ihre Haltung hat überhaupt keine Basis Sie heißt Karita Typisch für Asari-Elite-Soldatinnen Aber nicht für jeden geeignet Ein Kroganer zum Beispiel Würde dabei aussehen wie ein Wal beim Ballett Ich glaube, die zwei erleben sich So, jetzt muss ich da rüber balancieren Das ist eh schon Kunst hier Wow, 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 wow Wie soll ich denn Verarschen? Wo soll denn das sein? Alter Nein, 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 nein Komm her drauf Geh auf Ich muss da rauf Komm her drauf Ficken gehen, ich muss da rauf Ich muss da rauf, hä? Ich muss da rauf Das ist ganz einfach, weil ich da rauf muss Jetzt steige ich aus hier Nein Ah, lass mich rauf Alter Geht's doch jetzt nicht Ich muss da rauf Also muss ich da rauf können Weil da ist die scheiß Kiste Jetzt rauf da Ich brauche ja Anfälle kriege So Wow, nicht so weit rauf Du Bauer Alter Du dummes Stück Kacke Mann Idiot Hübschen da drüber, ey Trottel Weg da, ey Mann Dümmere Stelle In Game hätten sie sich Nett aussuchen können, hä? So, wie komme ich da jetzt rüber, hä? Hier bin ich schon mal, aber Ich muss ja da hin, hä? Ein Ding der Unmöglichkeit First Das ist scheiß Dreck Es muss irgendwo von meiner Nase sein Das Ah, da Ein falscher Schritt Und nicht ganz wieder machen Alter, ist das idiotisch hier? Ah, fick dich doch, ey Game Was ist denn das für ein scheiß Platz, ey? Da kommt doch kein normaler Mensch hin Ey, so eine Scheiße bauen Noch blöder kann man es da nicht, ey Machen, ey Wo man nicht hinkommt So eine Scheiße So eine Elende, ey Boah Ist das ein Dreck einfach nur, ey So ein Müll machen Zieht euch das mal rein So eine Scheiße produzieren, ey Noch dümmer kann man das jetzt echt nimmer platzieren, ey So behindert Einfach nur schwerst behindert Echt, ey Das regt auf, sowas Wo ist der Dreck jetzt, ey? Man So dumm platzieren, ey Welcher behinderte Programmierer hat sich das einfallen lassen? Er hat nur einen Schaden, ey So dämlich platziert So, wie ist meine Karre eigentlich? Boah, die ist jetzt auch da oben, oder was? Oh I love it I love it Ich bin hoffentlich da jetzt rein, ey Geh rein Fertig Was so beschissen platzieren, ey Das geht auf keine Kuhhaut Ich bin ja mal ein Spielerjärger, ne? Haben sie sich gedacht Die Apfen Wo ist denn die Beziehung? Da drüben Wo ist denn da rüber? So Juhu Alles geil So Ähm Meine Markierung Ja Wollt ihr denn hier? Ich nehme an, nicht mal Sie haben bei den Rachnikriegen schon gelebt Holy shit Moment Nein requ completely Das Punch grav tut Ich nehme an Al Vielen Dank. Oh Gott. So, hör mal das. So, da will ich aber eh nicht hin. Ich wollte nur so ein Typen-Wort fahren eigentlich. Rauch stieg nach wie vor aus den alten Nestern auf. Jahrhunderte, nachdem mein Volk sie ausgeräuchert hatte. Und die gleichen Schädel der Rachni-Königinnen lagen im Stau. Wow. Wir haben viel von den Rachni gelernt. Beinahe auch, wie man ausstirbt. So, da hinten ist es. Boah, das ist ja am Arsch der Welt auch. Die Kisten sind eine Gratulation für sich. Es geht wahrscheinlich erst auch mit einem Upgrade vom Nomad, was ich jetzt habe. Sonst kommst du da nie im Leben hin. Schub, 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 schub. Bleibt da, bleib da, Karre. Nicht abzischen. So, alles mitnehmen. Selbstverständlich. Immer wieder. Danke gerne. Und weiter geht's. Es läuft, es läuft, es läuft. So, jetzt haben wir die Kisten hier. Das sind ja alles so Special-Kisten. Die, was am A der Welt sind, wo du nicht hinkommst. Außer du hast Upgrades und die habe ich ja jetzt. Das sollte jetzt richtig radeln, auf. So, da ist eine Kiste hier. Wo ist die? Oben, oben, oben. Da drin, oder? So, wahrscheinlich hier. Jo, du hast. Ne, du hast nicht. Nicht oben. Da ist sie. Stimmt, da? Wo, man hat ja recht. Warte. Nächst Kiste. Bühne rechts. Da oben. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018